Ich war zu Hause, hab etwas Zeug abgeladen, naja, viel hab ich jetzt von den Baditen nicht bekommen. Und mein Hund hochgehalten, der war ja fast gestorben im letzten Kampf. Er hatte sehr viel HP verloren. Und jetzt will ich Gualchatai zu ihrer Stadt bringen, nach Krasnosnameni, dass ich den Tag noch erleben kann, an dem ich die Hauptstadt ohne Probleme aussprechen kann. So, Start der Engine. Okay, wie ist es eigentlich mit dem Gas aus, bevor ich losfahre? Der Wagen ist super sparsam. So, und ich habe noch nicht erlebt, dass hier irgendwelche Leute eingreifen, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Ja. So, wir sind zu Hause. Ich habe hier zufällig festgestellt. Ah. Da hat er also gepackt. Er hat fast die Tür zugepackt von dem Meldseher. Wieso ist er offen? War ich überhaupt schon bei der Frau? Ich glaube nicht. So, ich habe dich in die Stadt gebracht. Eine schwarze Frau, die schaut an dich. Gut. Normalerweise wüsste ich jetzt nicht. I want to give you the belongings. How are you feeling? Was ich machen muss, damit die Frau, die junge Frau hier, ihren eigenen Weg geht. Man soll sie ja nur zur Stadt bringen und sie hat nicht darauf reagiert. Dummerweise habe ich mich da ein bisschen gespoilert und ich habe im Internet gelesen, dass man auf diese Option klicken muss, sonst geht die Quest nicht weiter. Die Teile der Freude verhindern die Frau, die Augen zu verhindern. Also, sie sagt nicht von sich aus, kann ich jetzt gehen oder schade, dass ihr mich hergebracht habt. Man muss die vier auswählen. Mein Saviour, meine Heroin, ich bin zu Hause, ich bin frei, ich bin so glücklich. Okay, dann habe ich mich ein bisschen versammelt. Do you have anywhere to go? I'm not sure. For now, I believe I'll go to the tavern on the outskirts. Continue. Go in peace. Kostia, my apprentice, will do his best for you. Thank you so much. Braust du noch etwas? I don't know. Not now. Thank you so much. Kostia, also, sie ist in der Bar. Dann kann man sie dort besuchen und so schauen, ob sie sich gut eingelebt hat. Ich hätte halt, wer ist das? Oh, das ist keiner von uns. Ich hätte halt wirklich gerne gesehen, wie ich auf die Sache reagiert hätte, wenn ich das mit der vierten Option nicht gewusst hätte. Da habe ich mich ein bisschen um die Erfahrung gebracht. Lass sie. Lass sie. Nein, sie hat irgendein kleines Problem. Was ist los? Ja, das ist auch für mich ein Überraschung gewesen. Aber du siehst, die junge Frau bides her lip und lowers her gaze. Meine Eltern, ich habe herausgefunden, dass sie sterben. Auch unser Haus ist nicht mehr. Es wurde demoliert und entfernt. Das ist auch für mich. Das ist, warum ich einen Job in einer neuen Basis bekomme. Es ist zu schwer, mich zu sehen, diese Stadt zu sehen. Ich brauche keine Geld. Ich will nur hier raus. Ehrlich gesagt, nach allem was sie durchgemacht hat, frage ich gar nicht her ist, was sie für mich tun kann. Sie ist gerne willkommen. Eine junge Frau schlägt mit Glück. Es sieht, wie sie dich liebt, aber sie stöpft und schlägt. Danke, danke, danke. Ich werde dir mit all diesen Provisionen vermitteln. No, don't bother. I've already asked the merchants to drive me there. They said that some man by the name of Goshin struck a trade deal with them. This Goshin is a real businessman. Okay, then. I'll leave you there. Jetzt. Ist sie noch da? Apparently, he helps to run it. I'll finish the chores that I promised to do and then start preparing for the trip. Don't worry, I'll be there in a jiffy. Or jiffy. So. Kann ich dir irgendwas verkaufen? Wahrscheinlich nicht. Hier. Neues Besteck für die Bar. So, und ich hatte wie gesagt festgestellt, dass sie ein Inventar hatte. Man konnte ihr Ausrüstung geben, damit sie länger überlebt. Aber da ich direkt hergekommen bin, war das jetzt nicht so dringend. Und dann kann ich dem alten Mann sagen, dass seine Todesbrigade die drei Reiter ausgeschaltet sind. Wenn ich schon mal hier bin, der wird sich sicher freuen, dass das Ödland nicht mehr in Gefahr ist. Ich meine, ich müsste alle erledigt haben. Kommt ihr? Eins, zwei, drei, vier, ja. Er ist immer noch im Waschraum. saib Saib Sverlaire Dance. Vor mir Bände. Ich kenn das Ehr landed noch nicht. Derhrende Mann stößt in hoher destinös. Von ein Zeit zu Zeit, kわッst uns weg von der Bato. Naar, dritte. Oh, ich kann ihn über eine Person ausfragen. Ich glaube, das ist neu. Still, I don't know much about him. People say he's left his criminal past behind and now tries to pass off as an ordinary person, but that's all I know. Irgendwo hatte ich mal eine Remiten getroffen. Ob er Eckhaus hier war? About the leaders of the criminal group Death. I've dealt with a gang. Hatte ich ihn gefragt über Informationen? Lena. But since her father died, she is special. And especially after I quit the gang, she's been overflowing with melancholy. The right of the strongest is still in the main ideal for her. But she's turned it inset out. She believes a murder to be a virtue. The world is for the strong, so the strong show their mercy to the weak and stop their suffering. Igor. Das war der Ärzte mit dem Hund. Glaube ich. In other times, he would have been a theater star. But thanks to me, he turned his life into a bloody one-man act. If he's in a good mood, his flam... Nein, das war der Ärzte, okay. Flamboyant mannerism, oder? Weil das hat mich irgendwie an Flammer erinnert. Vielleicht hat ich überhaupt nichts mit Flammen zu tun. He might give the impression he was harmless, but don't be fooled. That psycho massacred entire villages. And Lothus, he was poking... Yeah, okay. Vadimadar mit dem Feuer? Yeah, okay. His greatest love is open fire, and he's an epitome to this passion. Always looking for a fight. Always providing his... Dominance. If only the burning coals, that Marcus way could talk. Gut. Ich hab ne gute Nachricht für dich. Sie alle sind nicht mehr. Tut mir hier immer noch ein bisschen leid, wegen Lena. Let's go back a little. I've dealt with them. It is done, then. The area is free from Menace. Phantom Menace. The old gangster covers his face with his desiccated palms. His whole body shaking. Weint er, ich glaube, ja. Entweder aus Erleichterung, oder er weint um sie. Weil sie praktisch seine Kinder waren. Forgive me. Forgive me for turning you into monsters. Forgive me for stealing your innocence. Forgive me, you'll never see the light of the truth. Oh, a father's grief. May God let me to once learn this high sentiment. Ja, was ist mit meinem Valorokumpel? Ist natürlich nicht die Antwort, die ich wählen würde. Man könnte jetzt warten, während er eine vielleicht taktvolle Option. Oder man lässt ihn nicht mit seinem Schmerz allein und spricht ihn darauf an, dass das Ödland jetzt ein besserer Ort ist. Was ist die 4? Was ist die 4? Habe ich gespeichert? Was ist die 4? Habe ich gespeichert? Was will ich mit deinem Leben? Was ist die 4? Was ist die 4? Das ist die 4? Was ist die 4? Was ist die 4? Das ist die 5? Ich brauche nicht zu dir. Dass sie ihn auch noch aushalten. Aber ich glaube, er hat seine Strafe schon seit vielen Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten gemüßt. Für seine Verbrechen. Er hat sich jeden Tag seines Lebens damit gequält, was er herangerichtet hat. Und das wird nicht besser, wenn ich ihn töte. Thank you. I want to say goodbye to you properly. But now a happy smile blazes upon his lips. By doing what you did, you demonstrated you possess a force no one in a gang ever thought existed. Never allow it to control over your mind, or it will lead you down a path paved by monsters. Ich werde mein bestes geben. Alter Mann. Power doesn't mean ruling the weak. It means responsibility. I can see it now. Mit einer großen Kraft kommt große Verantwortung. Hey! Hey! Das kannst du doch nicht machen. und schlägt seinen Kopf. Und schlägt seinen Kopf. Shit, ich wollte dich hier auf mich selbst. Ruhe und Frieden. Old Man. Das ist so taktlos, jetzt die Leichen zu suchen. Aber er braucht die Sache nicht mehr. Ich wünschte, ich könnte ihn begraben. Wünschte ich wirklich. Er hat Besseres verdient als in der Luft schwebend in seinem Bad. Eine verwesende Leiche zu sein. Oh je. Das Sender hatte ich nicht erwartet. Dass er sich die Kehle ausschlitzt. Selber. Ein Wecker. Das war düster.